kein guter run gerade kein guter run leider aber macht nichts muss auch mal sein ja heute haben wir noch kein gescheiten gehabt leider also einer könnte schon einen könnte mal schon haben einer wäre schon nicht schlecht ich meine theoretisch könnte ich auch neu starten aber ich bin ja jetzt wird jetzt alles besser papa ist da hoffentlich ich nach jetzt machen wir in die kombi ich glaube das kann man noch hätten hier ich spiele auch gerade sehr unversichtlich ja 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 Yapp, 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 yapp. Assassinen Dolch. Ich bekomme halt auch nicht das, was ich gern haben möchte. Schade. Ganz ruhig, Leute. Zack, zack. Nein. Egal. War nicht schlechter. Ich habe gesagt, alles oder nichts. In dem Run. Okay. Der wird jetzt besser. Der wird besser. Ich spür's. Ich spür's. Auf geht's. Oh, wow. Nein, 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 nein. Ich spür's. 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 Oh. Oh. Eine Sekunde weg und du bist tot. Ja. War blöd. War ein blöder Tod. Okay. Ich musste kurz ein Lied anhören, wovon ich ein Ohrwurm hatte. Welches denn? Jetzt kommt es gleich. Ähm. Willst du es wirklich hießen? Wie du magst. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich wieder so ein... Oh mein... Ich hatte nicht die 30, gell? Das waren nicht die 30. Äh, komm. Neuer Start. Du kannst mich... Oh mein Gott. Oh welches Lied. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh my God. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich schicke es dir mal in Discord für einen späteren Lacher. Alles klar. Wenn ich down gehen wollte. Wenn ihr einfach nicht down gehen wollt. Wir haben am Montag noch einen Mottoabend gemacht mit so einem Quiz und spontanen Choreos und so Faxen. Da kam das Lied und unser Forscher musste das machen in so einem Mini-Rock und bauchfrei. Und naja, war lustig. Das klingt geil, ja. So, zwei noch. Okay, passt. Wir haben die 30. Finally. Endlich mal wieder. Autsch. Und da wäre es schon wieder vorbei gewesen. Mal kurz nicht aufpassen. So schnell geht das. Du hattest auch ein Kleid an, oder? Du hattest auch ein Kleid an als Strafe, weil ich nichts dabei hatte, aber war ja tagelang nicht daheim, um was zu organisieren. Sehr schön. Das würde ich gern sehen. Ich bin Kind. Ich war in einem Team mit Du hast den schönsten Arsch der Welt Also musste ich mein Kleid auch noch schön hochziehen Und naja, Lead ist Programm Aber Boxershort ist angeblieben Ich mach so ein Poster mal ein Foto Und du niemals Anders kann ich verstehen Ich kann es verstehen Das würde ich auch nicht Das würde ich immer abstreiten Spartaner Elektrische Peitsche Wir wurden aber erster mit dem Kleid Für das beste Kostüm Na bitte Da kann man schon stolz drauf sein Da kann man schon stolz drauf sein Ein Video würde ich auch durchgehen lassen Hast du ein Video davon Konomi? Also du Ich mein Gibt es ein Video davon? Irgendjemand hat es gefilmt Weiß nur nicht wer Selbst nicht Oha Gefährlich Gefährlich Oh Sehnenschlitzer Hayabusa Stiefel Nimm mal den Zähnenschlitzer Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, das wäre fies. Das wäre richtig fies. Oh, Gegner wird 100% Schaden zugefügt. Du nimmst 100% Schaden. Puh. Will ich das? Eigentlich nicht. Ja, lassen wir es. Lassen wir es fürs Erste. Will ich da, ich da Urus Liox? Möchte ich das? Ja, nehmt. Jolo. Dürfen die auch noch machen? Hab ja unterschrieben, dass alles, was da bei Veranstaltungen passiert, gepostet werden darf. Na, dann. Na, dann. Dann sehen wir uns direkt nächstes Mal auf YouTube. Ja. Ah ja, schau, was man noch mit dem Kopf machen kann. Konomi. Das ist auch ziemlich geil. Einfach den Tower mit. Schwups. Mit Schwupsen. Ja. Ja. Mach ich Foto, tu ich Facebook. Und der kann kein Damage bekommen? Nope. Hier. Ich kann sogar in die Suppe rein. Kein Damage. Ja, einfach mal drauf bleiben. Zack. Der ist voll OP. Das Ding ist voll OP. Okay. Das könnte ich eigentlich theoretisch bei jedem machen. Könnte ich eigentlich theoretisch bei jedem machen. Und dann. Äh. Ja, easy peasy. Ich meine, klappt nicht bei jedem. Das muss man dazu sagen. Zum Beispiel beim Golem funktioniert es nicht. Aber. Oh, fuck. Pff. Oh. Man hat direkt bombardiert hier. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Ja. ist wirklich stark ist wirklich aber du kannst es nicht ganze zeit machen also es hat einen ganz kleinen cooldown ist nicht so tragisch wenn ich fünf sekunden cooldown oder sowas muss ich aufpassen ja ja So, was haben wir hier? Ein Malachit. Da nehmen wir den. Der regelt das. Die 30er Hammer. Oh, shit. So, diesmal spielen wir ein bisschen vorsichtiger. Ich will es halt wirklich nicht versorgen. Boah. Aber dann passiert wieder irgendein Käse und dann irgendein unvorhersehbarer. Dann war es das auch schon wieder. Man kann es eh nicht. Man kann es eh nicht irgendwie vermeiden. Wenn es so... Also, manchmal kann man es nicht vermeiden. Keine Ahnung. Zum Beispiel sowas. Wenn ich in die Suppe reinjump. Das ist einfach... Einfach nur... Keine Ahnung. Oh, nun Pech. Kurz ein bisschen länger in einer Suppe drinstehen und das war's. Mit der Kombi. Oder Skill. Wie man will. Du Pech oder Skill. Je nachdem. Oh, shit. Das Wort, das du suchst, ist unnötig. Das auch. Da sowas zum Beispiel. Sowas kommt einfach und dann... Oder so ein Typ da, der auf dich wartet, ne? Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Das gibt's nicht. Das geht immer so kurz davor. Aber was ist heute los? Das ist ja unglaublich. Heute will ich's einfach nicht. Ich hätte heute nicht anfangen, so ein Dead Cards zu spielen. Irgendwie... Irgendwie will ich's heute nicht. Das ist wie verhext. Das gibt's ja nicht. Das ist halt... ...richtig verhext. Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Ich versteh's nicht. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ich versteh's nicht. G G G Ich bin hier auf der Brust. Ja, nehmen wir den. Wobei der Multi ist, glaube ich, besser. Boah, die haben zusätzliche Rüstung. Das hat gedauert. Shit, ich bin eingeratzt. Was? Oh, ey, ich glaube, das ist noch von den letzten Tagen. Ich schieße jetzt hier rein. Oh, da ist es stark, da ist es stark. Haben wir wieder ein gutes Bogen. Oh, yes. Oh, yes, Baby. Oh, yes. Oh, yes. Jetzt haben wir eigentlich gar kein schlechtes. Schlechtes Bild. Habe ich dich jetzt so aufgeweckt, Niklas? Weil ich so geschrien habe. Oh, das ist jetzt gut hier. Das ist eigentlich jetzt... Boah, der Bonus wäre es halt auch noch gewesen. Heftig, der Bogen. So einen starken Bogen. Also, so ein Hokuto, oder wie das heißt. Habe ich auch noch nicht gehabt. Hörst du nochmal? Hokuto, ja. Hokuto heißt er. Oh. Vielleicht geht es nicht nach Hause. Vielleicht geht es nicht nach Hause. Oh. Oh. Simo. Ah, weiß nicht. glaube ich nicht mein pech bei meinem pech heute das außer hier sind mobs drin das wäre geil leidahmein Yo 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 Jetzt ist es egal Ja Jetzt ist es egal Jetzt ist es egal Wäre sich aber Obwohl vielleicht da unten Wäre sich vielleicht noch ausgegangen Ja aber jetzt ist es egal Jetzt ist es eh wurscht Jetzt ist es eh wurscht Ja es wäre sich ausgegangen Naja gut Es wäre sich 100% ausgegangen Nö Du bist jetzt bei 53 Wäre ich ja Jetzt bei 55 Warte wir schauen gleich Ja wäre sich fix ausgegangen Ja wäre sich fix ausgegangen Jetzt kommen Da kommen sicher noch Mindestens 5 Ja klar 100% Ja 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 Da wäre es schon So ein Käse Das darf nicht wahr sein Das darf einfach nicht wahr sein Ja Ja Wäre sich ausgegangen Es wäre sich einfach ausgegangen 2 2 2 Nein Nein das zahlt sie nicht aus Nein das zahlt sie nicht aus Besser werden nicht gezählt Das macht nur depressiv Das macht nur depreciiv ich finde es lustig ich leider nicht es ist irgendwie es tut so weh es tut so weh ich mein ja klar also ich finde es schon lustig aber ja gargugabi servus wie jetzt alles tut die egal pass auf jetzt jetzt werde ich jetzt werde ich die bosszelle schaffen schaut es nicht allzu schlecht aus hier die hektische klinge dies dies zwar nur eins aber die so stark irgendwie aber eben uns das geld auf könnten munition ja dass man das mit munition wir nehmen jetzt einfach mal der spitzung oder jäger instinkt na wir nehmen gastronomie wieder wir nehmen gastronomie wieder wenn du den gegenstand verwehrt ist verursacht 300 sekunden lang damage das ist ziemlich stark finde und du darfst kein damage bekommen nein darf ich nicht jetzt jetzt schon gar nicht also die nächsten zehn mobs darf ich kein damage bekommen oder was meinst du konomi habe sie heute fast geschafft war im glockenturm oh nice nice was macht der bogen der zieht eine brennende spur hinter sich der ist ziemlich geil nein der boss kommt jetzt nicht nach der boss muss noch nicht erst nachdem jetzt der bogen ist der hammer ich finde den bogen richtig geil ein bisschen vorsichtig zu einer noch das ding ist eigentlich kann mein kopf nicht verwenden wenn ich verflucht bin kann mein kopf nicht verwenden das ist ein problem ach komm wo ist ein gegner jetzt hier perfekt 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 Ja, Standard, ja. Hammergeiler Bogen. Jetzt muss ich irgendwas machen daraus. Oh, fuck. Scheiße. Warum kriegt denn der keinen Schaden? Was ist mit dem los? Das tut mir wirklich leid. Vielleicht gewinnst du das nächste Mal. Noch habe ich nicht verloren, Konomi. Außerdem ist es noch relativ am Anfang. Das ist nicht so tragisch, was Combo angeht. Das ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Schon tragisch. Oh, oh, oh. Oh, ja, ja. Hier, Gärtnerschlüssel. Ja. Ist nicht so tragisch, aber... Ja. Obwohl, die Map hat, glaube ich, nicht sehr viele Mobs. Was ist mein Schaum? Oh, fuck. Dann schwache ich mir das noch vier Minuten. Mach das. Ja. Da werden wir die Klinge jetzt weggeben, glaube ich. Ach, die ist schon stark, die hektische Klinge. Die ist schon sehr stark. Aber mach mal. Mach mal trotzdem. Ich möchte lieber im Fernkampf bleiben. Ich möchte lieber im Fernkampf bleiben. Okay, okay, okay. Das wird... Ich weiß nicht, ob sich das noch ausgehen wird mit die 60er, wenn ich da jetzt... Oh, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Okay, okay. Das tut mir wirklich leid, vielleicht gewinnst du das nächste Mal. Scheiße, verdammte. Und es waren sogar vier Minuten, wirklich. Ach komm, der Pfeil ist eh wurscht. Wo sehe ich eigentlich jetzt diesen Damage-Buff? Ich habe das eine wiederverwertet. Ich sehe es jetzt nicht. Das Spiel mag ich halt nicht. Okay, hier wäre ein Elite. Okay. 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 So good. Okay. 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 Well, we can see how neue Rajare provides应aging den Stab Das war's. Okay, I get Sneak Smear. Okay, I get Sneak Smear. I get Sneak Smear. Ganz wichtig, dass ich den erwische. Den Shield Träger. Das sind ziemlich nervig. Ziemlich nervige Gegner hier. Ein bisschen Damage. Ist gut. Gefällt mir. Leider nix. Nix Gutes dabei. Was ist das hier? Komm mal ruhig. Nup, 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 nup. Dum, dum, dadadum, dum, 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 dum. Brenne, du Sack. Ich sehe schon wieder, es geht auf die 60 zu, aber es wird sich nicht ausgehen. Es wird sich nicht ausgehen. Ich sehe es jetzt schon wieder. Ich sehe es, ich sehe es. Auf den habe ich keinen Bock. Fünf Gegner. Ich will es nicht verschreien. Ich will es nicht verschreien. Zwei Gegner. Oh mein Gott. Und da gibt es keine Gegner mehr. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Jetzt aber. Das kann jetzt aber nicht sein. Komm. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. So, ich bin mal im Bettchen. Gute Nacht, Leute. Alles klar, Rob. Machs gut. Schlaf gut. Bis die Tage. Das kann, das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Zwei Gegner. Es sind nur zwei Mobs, die mir fehlen. Und schon wieder. Ich sage ja, heute will es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Habe ich hier vielleicht noch zwei Gegner vergessen oder so? Nein. Oh mein Gott. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Wie lacht mich aus. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich habe hier nichts mehr frei, gell? Gibt es nichts mehr. Der selbst wurde von Kingdom Hearts gehackt, damit du Kingdom Hearts spielst. Ja. Ich glaube auch langsam. Ich glaube es auch langsam. Oder ich verpasse hier irgendwas, weil ganz rechts gibt es keinen Teleporter. Das ist komisch. Oder es ist nur meine Hoffnung, die zuletzt dann sterben wird. Weil ich hier einfach... Ach man. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Naja. Fuck it. Zwei Mobs. Jaja. Tu mich auch Tür. Tu mich auch. Tu mich auch Tür. Ähm. Machen wir es in die Fiole rein. So. Äh. Ja. Das würde ich gerne aufwerten. 3000 tut nicht so weh. 60 plus Schaden gegen ein blutendes Ziel. Das ist gut mit den Sehnerschlitzer. Das passt. Den könnte ich eigentlich auch rerollen. Aber ich habe Angst, dass Taktik dann verschwindet. Das passt. Da bin ich zufrieden. 100% Schaden gegen ein vergiftetes Ziel. Das könnte ich eigentlich auch. Ja. So. Äh. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Lass was. Lass was. Und hier. Was machen wir hier? Jägerins Unterstützung glaube ich mache ich. Oder erinnern. Ja. Mach mal Unterstützung. Mach mal Unterstützung. Ach komm. Der muss liegen. Der muss liegen. Was bringt die Bosszelle? Äh. Das. So geht es halt voran. Du kannst äh. In bestimmten. Also es gibt. Geht bis zu 5 Bosszellen glaube ich. Und äh. Umso höher. Umso mehr. Es gibt. Auf manchen Etappen. Auch. Gewisse. Äh. Blueprints. Und. Du schaltest halt Sachen frei. Umso höher. Du kommst. 4 Bosszellen. Gibt es. Okay. Okay. 4 Bosszellen. Ah. Die fünfte. Kommt dann mit einem Patch. Oder? Ja. 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 Ich habe nicht gelesen. Dass das. Äh. Dass es auch 5 gibt. Ah nächstes Update. Okay. 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 Auf geht's. Drückt mir die Daumen und die Zehen. Ich bin halt ziemlich am Arsch wenn der mich trifft. auch. Schatz. Ja, geht eigentlich. Geht. Der war recht easy. What? Warum war der so easy? Ich glaube, das liegt an meinem Bild. Ich glaube, der ist ziemlich gut gerade. Der war ja... Ich habe gerade Konjunktivus Saurons Auge mit einem Schild getötet. Oh, nice. GZ. Hat ja dauernd gebrannt. Ja, nicht nur das. Ich glaube, vergiftet und geblutet hat er auch. Ja, sehr schön. Das freut mich. Aber leider nur 10 Zellen. Hätte ich das gewusst? Hätte ich das gewusst? So. Hier füllen wir wieder auf. Jetzt ist die Frage. Ufer-Siedlung oder wieder zum Heiligtum? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin.